Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Bad Wars ähm, da die letzte ja auch wieder krass ankam und die erste sowieso und ähm, ja, heute sind wir perfekt, weil wir in vier Dreierteams sind und ja, dann gib mir die in Stacks und nicht immer einzeln äh, ja, die kommen aber leider mal ja, dann gib mir die erst, wenn die, äh, wieder äh, nein, ich kümmere mich ums Bett, Alter nein, geh, ich baue das Bett zu, ich baue das Bett zu okay, weil das ist hier richtig wichtig sonst kommt hier einfach so schnell wie möglich dann Gold mit hier, Flo, für dich äh, hier, nimm ah, nee soll ich mir davon jetzt ein Schwert nehmen? hol dir direkt, äh ja, hol dir ein Schwert und geh zu drücken Leute, hier haben wir anderthalbstunden Zeit einfach, bis unentschieden ist ähm, Tobi, hol dir direkt, äh, Endstone ja, wir haben anderthalbstunden Zeit hol dir direkt was? äh, direkt Endstone fürs Bett ich hol mir erst Kisten ja ey, Flo, guck mal, wie weit bin ich noch entfernt? ich brauche, äh, Ablöse weit ich brauche Ablöse ja, der Flo soll es kommen also ich brauche Eisen und Gold komm, da, dann go ich hol das Gold jo, hol du Gold oh, jawohl okay, da kommt Gelb Flo, versuch sie gleich einfach runter zu kicken ja, Gelb und Blau, komm ja, ich komm sofort wieder, ich hab acht Gold was? I got eight Golds in my pocket äh, Tom, komm schon, hol dir direkt, äh, den, äh, den Zweitbesten ja, mach ich n, damm damm und ein Pfeil, go, go okay, und jetzt geh ich in die Mitte, ciao jo, hau die alle weg hau die alle weg Flo, äh, warte noch einen Moment Flo, schlag Blau runter hab ich nice, jetzt, Gelb ist sofort alleine runtergefallen und jetzt haben wir einen Bogen, jetzt und wir OP-Leute Flo, sag mal, du hast Gold auch, ne? aber, äh, versuche in der Mitte zu bleiben hier und mich ein bisschen, äh, seelisch zu unterstützen ja, ich hab jetzt schon wieder vier Gold, ich muss mir nämlich auch noch essen holen ja, hol dir dann auch einen Bogen, Flo ja, äh, warte guck mal, ich hab, ne, äh, hol dir aber schwer Flo, ich, du musst mir hier helfen gleich, also hol den Bogen auf jeden Fall ja, genau Leute, guck mal, wie sie einfach alle hinter der Nüste haben, so schön wenn ihr Gold habt, direkt da rein tun, dann ist das gesaved äh, ja, ich muss mir nur kurz na, Flo, kommst du? ja, ich, schau ach, da ist Eisen so, und ich hab auch ein paar, ich bisschen Eisen Leute, guck mal, wie du, Schell boah, alt, das wurde viel Gold, Flo, ich hab schon wieder acht Gold ich hab schon wieder acht Gold ja, dann tu ihn die Ender-Chests tu ihn die Ender-Chests wie, was soll der Shit erstmal Report was willst du denn reporten? äh, frag mal, warum äh, ja, mach du mal bitte ich bin im Bogenkampf warum? was, was hat denn das jetzt mit den Reports zu tun? das ist ja wohl mal hundertprozentig egal ey, Flo Flo, die kommen hier durch, du musst mir helfen Flo, siehst du da die Ender-Chests? Flo, da kommt ein richtig guter kick dir mal runter helft doch mal Flo, äh, plant dir die aber, ne? oder hast du? nein, sehr gut, sehr gut, Flo und tschau ähm, Tobi, wenn du gleich auch kommst kannst du ein Essen mitbringen ich wenn ich komme ja ich legst euch einfach in die Ender-Chests ah, das ist eine gute Idee wir brauchen nichts mehr machen Flo, äh, kümmere dich mal kurz im Blauen, ne? ja, ja boah, Alter, wir haben so viel Gold, Tobi guck mal, die Ender-Kiste Alter, krass ich nehm mir mal und hol mir den besten Bogen und schick den dann drüber nach oh, Tobi, schick mal Spitzack drüber ja, und Rüstung, Tobi, Rüstung ja ja, okay, dann warte ich noch äh, nehmt euch den Bogen noch nicht raus ich hab den nur da ach, ich hab mir einen Pfeil geholt ist egal ja, ähm ja, ähm dann lass ich dich halt einfach so vorm Gommelbahn ähm, äh, warum das? Fragezeichen oh Gott, jetzt hat sich hier einer drangesneakt aber der hat ja gar nichts ach, komm die Frage ist überhaupt noch, ob die uns reporten ha, oh guck mal, so, Rüstung liegt in der Kiste schon mal für einen nice äh, Thorben, willst du dir die nehmen? hab ich so, äh, anderen jetzt auch gleich, gleich ja, Essen hab ich Leute, ich hab sogar getroffen, ey ich kann das ist voll die geile Runde so, Rüstung ist drin ähm, ja, wegen was ach so, Rüstung ist drin wegen was ach äh, wenn das jetzt nicht erlaubt ist, dann, äh, weiß ich nicht, was in dem Spiel, worum es in dem Spielmodus geht, wenn ich, äh, das mal so sagen darf ja, also die Mitte zu bekämpfen ist ja mal hundertprozentig erlaubt äh, ja, eben ähm, ja, Flo, äh, pass mal auf Blau auf kurz hier guck mal, die kommen ich hol mir da mal den anderen Bogen, Tobi, ich schick dir den Zweier wieder rüber jo also damit du schon mal ne Waffe, ach so, den Pfeil lass ich dir auch da natürlich ja, wär ganz geil, danke oh, du kannst jetzt auch den Besten holen ja, tut die Sachen hier einfach rein tut das ganze Gold von euch rein ja, Tobi, dann schick gleich auch noch mal den Besten rüber ah, ja, mach ich ähm, 13 opf warte, Flo, pass mal kurz auf äh, so, noch 4 Gold, dann hol ich mir auch den Besten ja, sag mir mal den Report-Grund äh, ja, der kann mich mal, Alter, das ist, das ist nicht, äh, das ist nicht verboten also dann, äh, hab ich keinen Bock mehr Bad Wars zu spielen nice er springt einfach alleine runter äh, blöcke kannst du mal geben ja, das macht ja nichts, das springt jetzt die eigene Brücke in die Luft äh, steht das bei dir auch da rum, weil da keine Lücke ist ja, 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 ja ich hab da noch mal Essen reingelegt ja, ja, da liegt alles drin guck mal, wie er selbst unterspricht, der in dieser ach so, warte, ich schick dir eine rüber, Flo ja, am besten ne Stein ja, hab ich vor oh, okay, der hat überlebt hat nochmal Glück gehabt Tom, blau so, Spitzakkel, guck mal, hier liegt wieder neues Gold wir sparen dann auf ne Enderperle, ne ja, 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 ja guck mal, was macht grün Flo, gelb aber die Chill da wieder nur ich bin bei blau okay, der gelbe ist durch, aber ich hab ihn runtergehauen nice okay, hier kommt wieder neues Gold ja, ja ich kümmere mich mal um grün okay ja, wir können alle drei in die Mitte, Tobi wenn wir aufpassen, dass sie sich nicht an den Seiten vorbeibauen äh, ja, gelb ja, ich bin bei blau gelb und grün ne, grün noch nicht also grün sag ich euch Bescheid, wenn ich dran denke ja, die haben sich so auf jeden Fall ja, die haben sich so auf jeden Fall ja, die haben sich so auf jeden Fall ja, äh, grün hat Bögen grün hat Bögen grün hat Bögen Tobi, äh, Flo, lass das Flo, 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 Boah Junge, schön der hat mich voll erschreckt bei mir hat ja, macht ja nichts grün hat Bögen auf jeden Fall also da ein bisschen vorsichtig sein ja, die haben alle Bögen Achtung, gelb ne, gelb nicht gelb ist zu schlecht aber da kommt einer ach, der hat ja keine Ahnung ach, der da hinten, ne ähm, ja ich würde sagen ich würde sagen, wir können uns gleich einfach schon mal gönnen zu irgendeinem rüber zu gehen, ne da kommt einer, ne Flo vom Blau äh, ja, wahrscheinlich hast du den jetzt gerade getötet so, wieder acht Gold sind da drin da kommt ein gelber und dann kann ich mir jetzt auch mal den besten Schiss ach, ja, das ist lustig bei Eisen-Shirt habe ich, das kommt rein, das kommt rein äh, in der Ender-Chess nicht doch ein bisschen Müll gerade, ne ist ja nicht schlimm ja, macht ja nichts weil ja, so, die anderen kommen ja gar nicht richtig ja, also wenn die Dinger Spaner, aber wir haben halt die Besten Dinger, äh, Tobi Flöcker nicht alles in der Ender-Chess ach so oh, Blau hat jetzt auch einen Bogen ja, warte, ich helfe dir aber da macht einer ohne Rüstung mit Bogen okay, den schnapp ich mir hat wieder einen reingedrückt bekommen ja, Flo, passt auf gelb? ja, die haben ja nichts ja, das ist auch wunderbar stellen eine Gefahr da hat wie Korstsee kennen Kiki runter ja, das stimmt, also wenn du darauf aufpassen würdest, Flo, das wäre jetzt ziemlich nice BAM! ich hab den Bogen getötet ja gut mit einem gekonnten Schuss ja, äh, gelb hat da sich so auch so ne kleine, achso, ja gut äh, Flo, stell mal die kleine Basis hier, warte äh, ne, halt mal kurz gelb im Auge sag immer, wenn du hilfst oh, da kommt einer Hilfe! okay, der ist ich sag schonmal tot okay, er ist tot äh, probiert sich nach oben zu bauen oder so, aber ganz langsam also da haben wir locker Zeit ja, das ist gut so, jetzt ist auch die kleine Basis da vom Blow zerstört äh, du baust das Bett zu, Tobi äh, ja, wir können uns gleich mal kurz abwechseln, Flo, dann seht ihr, wie das Bett zugebaut ist ich möchte euch das einmal zeigen also, es ist noch nicht ganz fertig das dauert ein bisschen Tobi hat, der Torben hat hier super Bonus braucht nicht Bett zu bauen, wegen der Aufnahme ja ey, Flo, man ich find Bett zu bauen irgendwie lustig wie viel Gold haben wir denn in der Kiste? aber jetzt in dieser Runde find ich's richtig geil in der Mitte zu sein wie viel Gold haben wir denn? äh, 22 glaube ich nice, dann können wir uns ja gleich die erste Enderperle golden also können wir schon nee, nee, lieber diese Bombe, wie heißen sie? ja, wofür? Oh, jetzt hat Blau auch nen Bogen die haben doch nichts jetzt hat Blau auch nen Bogen Blau hat jetzt auch Bögen wow äh, wir weg, ne, gehst mal zurück, Gelb wieder ja, wir müssen auch immer mal zwischendurch auf den Grün gucken aber die Bombe eher hat das Spiel verlassen also ganz im Ernst, wenn die am Anfang nicht hinkriegen alle auf rot ja, lass da alle auf rot gehen, weißt du, wir machen die trotzdem wir mit add all, ne? nein, lass mich, lass mich bitte jau ja, los wir machen euch eh ach, jetzt sind wir Hacker, okay warum? nur weil wir es können ähm, schreib mal, dass ich ne Aufnahme mache wir hätten alle haha, alter, solche wie Indie, ey boah, solche Wörter möchte ich hier nicht sagen wir nehmen, by the way, für unseren frodeck mich mal kurz, ne unseren, äh der Flo ist tot, der Flo ist tot wie heißt es nochmal ich glaube youtube channel auf da hör dran, du Hure aus Schwalbingen cool rot, YOLO, Miss Gay Miss Gay Buurze okay, ähm wir sind Hacker und du bist ein Beleidigender der dafür auch gebannt werden kann, mein Freund ja, wir übertreiben es, ne, wir bannen die dadurch ja, wir, wir werden alle bannen, wir werden alle bannen wir, schreib, wir, 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 wir wir cheaten gerade übrigens und geben uns ganz viel Gold auch oh na ja, darf ich ja nicht wissen zack ne, ne, 106 Jahre noch nicht im Bett uu, also, worin ich denn hin äh 1, 2, 3 2, 40 Gold 4 Kisten noch wie er einfach runtergerannt ist oh, äh, grün baut sich immer noch nicht drüber oh, äh als er ja nur neun Eisen und ein 50 Gold wir haben voll wenig Eisen, Alter Flo, einer von Blau aber habe ich oh, der ist zu dumm oder rüber zu laufen, ne nein ey, ich bin dafür, dass wir langsam mal zerstören, Flo und ich äh, ne, wartet auf mich, bitte okay ja, wo schon das Bett zu dann müsst ihr einmal kurz hä, aber einer sollte eigentlich aufpassen, ne das kann er durchrascht wo sollte eigentlich einer aufpassen? einer sollte eigentlich am Bett aufpassen oder in der Mitte halt ja, dann sollen wir dann vernichten oh nein, ey, die kommen nicht wir bauen dann von den einen den Weg ab okay, das können boah, Alter, wie viel Gold wir haben das ist so geil äh, baut sich ja voll die Gäste gleich haben wir den ersten Steak komm, sollen wir hier irgendwie so ein schönes Hausbaum schrauben? ja, komm, das machen eine Gardinenhure okay, was ist das? äh, schreib mal, äh, was wohl das Serverteam dazu sagt nein das ist egal, lass ihn, ich mich nur ein bisschen hören so, dann bauen wir hier eigentlich Festung ähm, guck mal, grün beschwert sich zum Beispiel gar nicht die wissen, dass alles egal ist und die wissen, dass wir einfach die Babos sind okay, wir haben 63 Gold, Leute alles in der Ender-Chest nein, Torben hat sich die rausgenommen ja, dann musst du dir die von Torben holen was? 8 Blöcke? ja, aber wir bauen hier so was Schöne nein, das Bett muss schön sein fick mir doch eben nen Stick-Dings-Roll über ey, Flo, guck mal, da kommt einer vom Blau, der will mich gerade beim Bauen stellen das ist ziemlich gemein so boah, ey, was ne Huxre, was ne nein, jetzt, sag mal, könnt ihr mal aufhören, um mich zu schießen, ich baue oh, Leute, ich hab uns mal getroffen sollen wir mal schreiben über nen Stack Gold? nein äh, Flo, Boss baust du schon mal, äh, ne Schöne ja, es kommt ein Stack bitte schau, ich baue uns gerade schöne Fenster ja, stimmt hast du dir Glas geholt? nein, Glas hab ich doch nicht warum? kannst du Glas überschicken? nein hey, gibt's doch gar nicht, oder? doch, gibt es lol, dann schick das mal drüber alter, ich schick jetzt mein PC-Schmidt ab ja, wir haben jetzt immer nen Stack Gold du lol, wir haben schon elf wieder 75 Gold jetzt oh mein Gott ok, wie bauen wir das denn hier? äh, ich möchte das hier irgendwie voll cool bauen warte, wo ist's? ok, hier ist's so, jetzt kann man hier auch noch nen schönen Rand bauen ich hab einen runtergehauen nice ja, wollte ich dir doch sagen, und der hatte komplette Rüstung hat mich einmal beschlossen und, äh, beschossen und direkt ist er tot ich glaub, der macht das nicht nochmal das glaub ich auch nicht so so, das muss hier alles schön aussehen wunder Bärchen ähm so, dann bauen wir uns hier natürlich auch noch äh, da kommt wieder einer bei, äh, was wo? von blau kommt einer mit vollem Equip was ist denn mit dem falsch gelaufen? jetzt springt der einfach in den Abgrund ja, ohne Spaß, ne? doch, ok, warte, ich geh gleich mal rüber und halt da die Stellung mit irgendwem von euch und der andere kommt mal bitte gleich rüber wenn du sollst erstmal hier Glas schicken was? nein wir wollen schöne Fenster haben ja, ich baue hier gerade Fenster ja, aber bitte hier nichts kaputt so, guck mal Flo, jetzt haben wir hier auch Balkone oh, bei mir leckt das übelst 5 FPS balkone ach, Balkone ja, ja ja, ich baue hier auch gerade ein bisschen schön so, was kann man denn hier noch schönes machen boah, wie viel Gold einfach in der Mitte liegt noch elf Stücke oh, Mann n nein überhören's nicht lauen doch, ok, damit jetzt nichts zu lang wenn dann attacken wir gleich mal machen wir okay, ich komme äh, vier was ist denn was, was ist denn grade los? ich habe.. ach du Scheiße, Tobi, das ist ja so ne Burg Ich komm hier gar nicht hier lang So, jetzt komm ich hier lang Hä? Ich hab was hingebaut Boah, Alter, wie viel hier auch rumliegt So, ja, jetzt haben wir anderthalb Stacks Voll nice Und von der Seite kommt man rüber und von der anderen Seite nicht hin Okay, wer attackt uns zur Zeit von denen? Äh, keiner, also eigentlich blau nur Blau stört Ja, also attacken kann man das jetzt nicht nennen, ne? Schau mal von gelb die Brücke ab, ne? Aua, der hat die blau Pass auf, Tobi, blau hat einen Bogen, aber Ja, wenn ich runterfalle, wow Wow Alter, guck mal, was sich die da für eine Glasbase bauen So, Tobi, ich glaub, wir sollten uns da eher darum sorgen, dass wir die Eisensachen wieder kriegen Ja So, okay, dann, äh, von mir aus können wir blau mal Okay, ähm, einer wird damit beauftragt, Gabe ein bisschen im Auge zu behalten, okay? Ja, ich mach das Warte, nein, lass mir den, lass mir den Komm, lass mir den, Torben Habe ich doch War Absicht Ey, guck mal, da von Gabe schießt einer mit dem Bogen Sehr schön, Flo Okay, warte, ich rush schon mal rüber Okay, ich komm mit da, ja Pass auf Die haben auch einen Bogen Nein, wir machen das alleine, Flo So Ey, lass mir die anderen mit Ey, Tobi, lass mir auch einen Nö, nö, komm, hier, den hier, den ist meiner So, und jetzt Nein, Torben, bitte Komm, du warst die ganze Zeit in der Mitte und hast Kills gesnackt Äh, ja, aber die kriegt man ja nicht angezeigt Äh, doch Ja, ne, die kriegen ja auch keine Punkte Es gibt eine KD, Flo Ja, aber nur für die Endkills, glaub ich, oder? Der rennt so, und von Gelb kommt einer rein, oder was bist du? Komm, mach den Flo jetzt Snack dir auch noch einen Alter Flo Oh, Flo Dein Ernst? Lärchen, ohne Stromlach Ja, boah, Skillsshot Hä, wo ist der hin? Ja, ich hab den getötet So, jetzt geht's, äh Schickst du einmal eine Singularity rüber? Die können wir dann nicht Oder nee, hol mal Enderpferd oder Singularity Ähm Alles Alles Drei Enderperlen, eine Singularity So, ich check mal kurz hier die Balles von Blau aus und tu mal alles hier Was die so haben Die haben noch einen kleinen Ja, aber dazu bräuchte ich Gold, ne, oder? Ach, kann ich mir leisten hier So, jetzt haben wir auch eine Hier in So, in Blau haben wir jetzt auch eine Ich bin übrigens hier bei Gelb Schon Was, du Chiller, Alter Ey, warte Also, drei Enderperlen Soll ich auch noch Schwerke-Tränke kaufen? Nee, brauchst du nicht, echt nicht Äh, Tobi macht Gelb alleine Ohne Spaß Wie der Wichser, ey Farmer hab ich erhalten Äh, Tobi, lässt du mir auch noch was von Gelb? Ich komm jetzt auch Ja, ich muss nur den einen Ach, du chillst hier? Okay, ja, ich Aua Ich wollte gerade sein Ich liebe Krabi-Granaten Warte Eine Komm mal da oben, ich nehm den, der im Turm ist, Tobi Meiner Mann Meiner Okay, komm, jetzt Ja, warte, Steph Du gehst drauf Ja, warte, der nimmt mich in Beschuss Schieß den einmal runter, dann stürme ich Ey, Will Warte, warte So Darf ich mir einen Stärketrank kaufen für sieben Gold? Ich komm hier oben lang Ich bin direkt hinter dir quasi hoch Hacks habt ihr Das ist ein Witz Stärketrank für sieben kaufen Ey, ich bin direkt am Bett quasi, wenn ich hier durchkomme Update Nice Wow Ich bin eine sehr schreckhafte Alter, Hans Danke Danke Ach, ist das chillig Gelb darf ich jetzt erobern Äh, zu spät Gelb ist gemacht Ey, ich mein Achso, ja, ich plant hier auch ne Ender Ich hol ne Ender Tobi, ich hol ne Ender Ich hab ne Ender Oh, Leute, guck mal, wie beide ein Gebäude haben wir Ey, Leute, wo seid ihr? Ich hab jetzt drei Enderpellen und eine Grafigranate Oh, Junge Aber wir bauen uns dann erst so einen schönen Tunnel Äh, Vorsicht Komm mit, komm mit Ja, warte, hier ist auch noch Gold und Silber Ja, warte, ich will einmal die Base von Gelb sehen, die sieht von außen nämlich schön aus Du, Survival Games? Du hast folgendes Achievement gehalten, äh, Survival Games? Fragezeichen? Wahrscheinlich, weil wir so viele, ne, nicht weil wir so viele, ne, da steht doch da warum, oder? Ne Oh, schön viel Eisen Voll geil Ey, Torben, die haben hier Glas gehabt, ich nehm das mal mit, ne? Ja, dann lass uns schöne Fenster bauen in der Mitte Ich destroy, ich sammle mal hier noch kurz das Gold und das Silber Oh, Grün hat gesehen, dass ich mich zu dem rüberbaue Ey, Tobi, ohne Spaß, ne? Ja, wir, ich brauche, äh, ich will ja die Singularity zuerst auf den Punkt Hey, was war das? Pah! Ja, ist egal Jetzt verschwendet der auch noch Gold Ich hatte kein Gold dabei Ja, kein Gold, aber Gold im Wert von Hallo, weißt du, wir können uns eigentlich keine neue Ausrüstung mehr für dich erlauben Ja, das tut mir leid Würde ich auch sagen, du kommst keine Warte, irgendwie ist der Bug bei mir irgendwie voll häufig Äh, ja Dann backt ihr ein Eis davon Ähm, ja, wie machen wir das jetzt? Wie wollen wir das machen? Erzähl mal, Flo Oder Torben Keine Ahnung Einfach unser Standard Ich kann einfach sagen, guck mal, kann man Ja, auf dem Bunker von denen ne schöne Gravi Und dann, äh, Änderperlen hinterher Also später Ja, also ich die Gravi wieder werfen Ich kann das gleich Ja, schön, Flo Warte, hast du Sandstone? Ja Dann setz mal oben drauf noch zwei Sandstone Oder ne, warte Mach das so, bau dich hoch Und dann in so einem Schrägen Weißt du? Nein, und jetzt Guck mal, jetzt muss hier einer dran, Flo Hier? Nein Flo, da, guck mal Da Hier Hier muss einer dran Genau, dann einer da drauf So, dann da ist einer dran Wie so ne Treppe wieder Und einer drauf Und jetzt die beiden unteren Abbaunen Also den und den So So, ich bin mal wieder voll ausgesprochen Ja, ja Ob die das Glas erkennen können aus der Werner Auf jeden Fall schießen sie der Gegend Ja, genau Die haben einfach ein Techgepeck, was glasunsichtbar macht Ey, ich kann mich nicht treffen, ihr Wichsach Ja, ne Dann umarmen wir den noch Hä, ist da einer irgendwie eingekrustet oder was? Ja, sieht's aus Oh Alter, Schrecken-Moment Hä, die macht ja nichts, ist das Ding Huuu Ja, ist er ernsthaft? Gib die Ena-Perlen, wir werfen uns jetzt rüber Ja, komm Ey, nein, Tobi, aber der Bunker ist im Weg Tobi, wir, wir, aber wir machen, wir werfen uns an den Bunker, ne Nein, wir werfen uns drüber weg Nein, da, hallo Lass uns erst den Bunker weg sprengen, bitte Nein Doch, ich hol jetzt eine Granate und spreng den Bunker weg Ende Ja, hol mal für alle Stärketränke, bitte Ja, ich hab schon einen Hier, guck mal, hier ist noch Gold Kann die neue Mini Ja, ich bin bei Gelb und hol die Sachen Höchstens ein Regenerationstrang für mich Ja, ich bring auch noch Regi mit und Schnelli Boah, dann werden die richtig gefistet, ey Ne, komm, ich kill diesmal Okay, dann baue ich das Bett ab Ich hole eine Eisenspitze, Hacke, Mia Ich hole eine Eisenspitze Thorben, wenn das reicht, nimm zwei Granaten mit Hä, eine reicht, glaube ich Nein, dann kannst du das Bett auch noch ganz leicht Nein, das geht ja nicht Oh, ich hab Pharma erhalten Das ist egal, nimm eine mit, das reicht Ja, ähm, ich kann auch noch so Ich kann auch noch so Wolf und so die neuen Items mal mitnehmen Quatsch, komm Ja, obwohl doch, komm, dann können wir die mal zeigen Ja Alter, Schaf bringt ja nur was, wenn eine Verbindung besteht So Was gibt's noch? Schaf? Und noch so eine Rettungsplattform gibt's, die hole ich auch mal Ja, stimmt, die holen wir schon Eins, zwei, drei Falls die Enderperlen daneben gehen So, und jetzt Die Gravi hab ich Die Schafe hab ich Und für mich noch eine Eisenspitze, Hacke Wäre ganz cool Ähm, die kostet Gold, oder? Ja, Gold So, ich bring euch auch noch eine Eisenspitze, Hacke mit Oh, danke Wer's hat, der hat's, ne? Nein, das war's nicht Dingern für mich Ach, Ding Okay, jetzt komm ich Boah, Alter, guck euch mal die Inventarläste an, ey, wie teuer die ist Oh, hier liegt noch Gold So, ich hab für jeden jetzt eine Rettungsplattform dabei Und joa, und ne Eisenspitze, Hacke Ja, wenn du runterfällst Guck mal, was ich hier schönes baue Boah, du baust sie ein bisschen größer Hier, Flo, Flo Da liegen deine Sachen Die Lohnroute ist natürlich der Rettungsplattformstab Und Tobi, hier sind deine Ja, äh, schön, und was ist mit der Krabi? Äh, ja, die hab ich Oder willst du die werfen? Ja Okay, hier Tobi will der Schuldige sein Dann, dann mach ich so ein Schaf da hinten hin Ja, das bringt aber nichts Das ist mir aber egal Oh, der sieht voll schön aus Oh, komm mal, der ist nicht vollendet, das ist dann scheiße Ich möchte ihn Nee, komm, die schießen auf mich Oh, wie der mich Doch, der hat mich getroffen Oh, la, la Wird dann eine relativ kurze Folge, ne? Ich mein, dafür, dass wir uns Äh, ja, Tobi, willst du denn mal, ne? Was? Willst du? Ja, ich ziehe ja nicht so weit Ähm, ja, warte, dann lass uns hier ein bisschen bauen Ich scho, hast du Blöcke? Ja, ich hab' Ja, ich guck mal, ob ich schon noch welche in der Enderkiste finde Ja, ein bisschen, ne? Halt nicht so schön, aber immerhin ein bisschen Hab' nur noch ein paar Stacks Bronze dabei auch Und, äh, das Stack Gold hab' ich natürlich wieder in die Kiste getan Äh, Torben, warte mal Alter So, du kannst Ja, mach ich doch So, okay Du kennst meine Tactics nicht Alter, eins Ja, okay, wer baut weiter? So, jetzt baust du das Ding ein paar Blöcke weiter nach vorne Oh, Gold, 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 Gold Und dann schillt das wieder Gold in der Mitte Genau, und jetzt bauen wir wieder bis hierhin Und das hier So Sorry Kein Ding Okay, ich hab' keine Blöcke mehr Okay, jetzt kannst du auch langsam die Dings werfen Warte, nein, warte Ich bin nicht gerekt Hä, ja Nicht die Enderperle, sondern die Dings Warte, ich mach' hier zu Ich hätte beinahe die Enderperle gebrauchen Also Pass auf, die schießen von der Seite Ich mach' hier zu, damit wir hier keine Leben verlieren Geh' mal Danke Von der Seite brauche Oh Von wo denn? Ja Da kommen Glasblöcke um dich drum Ja, Tobi, die schießen da durch Ich hab' richtig wenig Leben Lass' da zu Entschuldigung Gut Komm, wenn du dich zurückziehen willst, hier kannst du dich Ah Bums Hä? Wie, hä? Nö, Tobi, ich bin die Wand, Alter Ja, jetzt werf doch mal die Gravi da Gleich Ähm Verbindung steht noch nicht, ne? Ich hab' jetzt grad aber auch getroffen Tobi, die Verbindung steht noch nicht, ne? Nö, die steht noch nicht Schade Ich will unbedingt Sofie Ausprobieren Ja, wir brauchen halt ne Verbindung dafür Wow, hier ist ja direkt Ende Boah, ey, komm, ich werf die jetzt von ganz weit, okay? Ähm Oh, 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 ich Die sollte treffen Boah, ich hab' in der Wand festgehangen Bitte Nö, schaut nicht danach auf Fuck Fuck, ey Okay, pass auf, Tobi, jetzt ist Action for Sophie, ey Ich versuch jetzt Ja, sicher, ich hol die eben Ach, ich hab' auch Stärketränke vergessen Ich hol eben alles Nein, ich hol Nein, ich renne jetzt Ja, gut Dann hol du Ähm, also Flo, Stärketränke für mich und Tobi Hol nochmal alle Tränke für uns Und Ja, aber hol nochmal Tränke für uns alle Und einen goldenen Apfel wäre vielleicht Gar nicht so schlecht Hä, ja, aber einen goldenen Apfel, dann haben wir nochmal zwei Herzen Dann haben wir nochmal zwei Herzen Resistenz auch Hol mal noch einen goldenen Apfel für uns alle Dann nochmal Tränke für uns Oh, ich hab' ihn auch getroffen Und, äh, dann nochmal Eine Gravi Achso, auf den linken Ich esse erstmal Ein schönes Schnitzel Na, also erstmal Gravitations Gecheckt Und dann noch die ganzen Gold Apfel Genau, und dann noch Tränke Stärken, Geschwindigkeit und Regeln Ich, äh, Topic, Apfel und Bauweiterung Okay Ställigkeit Oh, oh Ja, ich habe ihn getroffen, alles gut Ich hab' die richtige Distanz Ey, will ich mal zwei Ja Leute, will jemand von euch zwei direkt teilen? Im dritten Loch von links ist Glas Ja, getroffen Will jemand von euch zwei direkt teilen? Nee Das ist egal Sind sie zum Schlürfen oder zum Werfen? Zum Schlürfen Deswegen reicht einer Okay, der ist runter Tobi, du kannst bauen Schnell Ey, warte Ja, nein Wir bauen ja nur den Weg Damit wir gleich hier schön Okay, jetzt baut er wieder Ja, komm Go, go, go Ich hab' keine Blöcke mehr Stopp Tobi, stopp Komm weg Da kommt einer hoch Da, stopp Geh weg Oh, getötet Glöcke liegen in der Endertschule Getötet Tobi, Flo, hol die Gravi Schnell Hab' ich Ja, warte Wer hat das gehört? Da kommt wieder einer Ich nehm' den direkt unter den Schuss Ja, komm Geh ruhig in den Tunnel rein Ich hol' eben Glöcke und baue den Tunnel zu Ende Okay Ich hab' jetzt an alles gedacht Ach, guck mal Wir sind nochmal In der Mitte Allein waren 20 Gold Wow, sind das viele, Flo Aber reicht Boah, die haben richtig Die haben richtig Leben, äh, down gekriegt Flo, hast du die Gravi? Ey, Leute Jetzt wird's langsam Zeit zu stürmen Die haben richtig wenig Leben, alle Torben da Äh, Jack, krieg ich die Gravi Und den Stärketrank für mich? Äh, ich brauch auch Stärke Gut Ähm Hier Hier, Tobi Hier ist die Gravi Tobi Okay Trinken wir Du brauchst eh nur die Absorption davon Ja, okay Das bringt dir nichts Go Warte Warte Hast du Schnelligkeit oder so Krieg ich nicht Hast du Achso, ups, Entschuldige Okay, äh Zwei Minuten Okay, dann Ja, ich hab' alles getrunken Go Okay, jetzt kannst losgehen Doch, auch Wir brauchen nur die Absorption Und jetzt los Tobi wirft die Gravi Jo, bin auf dem Weg Jo Ja, die sollte treffen Ja, ohne Spaß Wenn die nicht getroffen hätte Dann wärst du ziemlich dumm Okay, rüberwerfen Über dem Wall Drei, zwei, eins Go Hä? Hä? Baut dich rüber Ich bin drüben Ich bin drüben Ich bin durch Äh, ich bin traurig Das ist ja jetzt ein schlechter Witz Ja Das ist Hä? Ihr wollt mich Äh, fickt euch Okay, Leute Die Runde war wieder richtig geil Ich hab auch noch am Ende so Überlebenskünstler bekommen Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Haut rein Ciao Ciao